es ist denn im staun wenn man trifft den scheiß aber auch nicht na komm her lass mich rauf setzen wo gehst du hin ich stehe nur hier und heil den kanu das ding ist er frisst die ganze zeit die leichen und heilt sich wieder mache ihn so glatt er kann doch keine pfeile ab so gestoppt was man da vielleicht noch darum hast du schon mal gefüttert zwischendurch aber das zweimal der fuß voll langsam ja den müssen wir kriegen sind zwar gar nicht sondern keine schnitte ich baue das ding hier auf es wie gar nichts sagt eisen eisenrein 47 eisen habe ich drin aber auch noch 40 oder so da hinten steht noch was von uns ein raptor ja den habe ich dahin gelegt weil von einfach her gut ist für mich ich hole ihn hat er hat er gefordert er kommt da wer dir folgt doch hey alles der raptor mehr der aber mir jetzt nicht angegriffen hat war auch glück jetzt geht er jetzt frisst er schneller ich glaube weil er nichts findet ja es kann sein wenn er nichts findet dann frisst er etwas schneller das findet aber wieder bären sehr schön einmal noch ok zack ja für ein bisschen metall ab ist fertig ab ist fertig sehr gut krass schnell überladen naja deswegen muss ein bisschen auf steine gehen auf steine gehen auf gewicht gehen ich sag ja ich mache so meist 2 80 gewicht oder sowas durch heute hier mal ein teil rein was ist hin greift irgendwas an keine ahnung ich bin nicht da ich bin ein bisschen weiter weg der frisst der frisst und frisst so gut zerfrisst sag so ich bin wieder auf dem weg zu dir aus der frisst die leiche ja der frisst alle leichen china habe ich auch noch was wollen wir jetzt noch fluss steine ganze wenn wir noch willst eine klar haben ja dann brauchen wir ja warum wir den den mörder perfekt die fluss steine sind perfekt die geben metall ohne ende glück muss man haben ein bisschen steine ich schmeiß dir steine runter ich habe 41 steine ok zack oder wir könnten granaten bauen granaten sind der hit granaten sind echt super soll ich die schmiede bauen ja ok ich steine und hätte mit stein selber hat schon wieder was an er greift den affe an idioten alle acht scheiße die greifen mit einem anker an die bekloppte warum war es tot aber der anker noch nicht aber jetzt jetzt okay sollten die mal auf passiv pfeifen alter habe ich dieses scheiß geräusch dieser fliegen so wie habe ich vermisst das scheiß geräusch der fliegen gut gut rums 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 müssen auch gleich schon voran machen um überhaupt noch hoch zu kommen die wand ist jetzt so schnell geworden also die ist langsamer bevor sie startet aber in 38 sekunden meckert der schon geht gleich los ich bin für granaten hast du öl jo ja ich stehe nicht mehr weh ich stehe schon da jo zack rein medial habe ich auch warum auch immer zack zack äh schettin zack so ich baue jetzt was brauchst du noch an zeug ja auf jeden fall schettin rüstung komplett oder was ja ähm was geht ich mir denn noch leben ist fertig jo danke jo was denn das ja die mauer fängt mich zu bewegen so zack zack und handschuhe brauche ich noch handschuhe brauche ich noch so flupflupflup ja man hat das zu sagen schafft man das überhaupt noch wei wir müssen uns beeilen wir kohle haben wir auch noch ein bisschen ja wir brauchen 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 die mutter fester für die granaten stein ooo nein wir sind so dumm warum ich habe ein zweites schmiede gebaut hab's nicht angemacht okay ja komm ich bin jetzt wieder mit einem anfänger zusammen ja ich kann das schon mal also spielt keine rolle keine entschuldigung wir sollten vielleicht auf dem rückweg noch ein paar pflanzenfresser zähmen da kannst du vergessen zähmen brauchst du nix mehr wir brauchen granaten und sonst haben wir keine schnitte water und pestle crafted dann stellt irgendwo hin ich mache jetzt für jeden eine spitzhacke hier wenigstens schon mal irgendwo hieß kein platz doch hier open mine spitzhacke spitzhacke hier steht ich weiß nicht was gunpowder war ja kohle und flint habe ich ich mach sparkpowder ja steine kann ich auch noch ein paar reihen tun hab nicht viel flint habe ich noch steine rein sagt läuft da liegt jetzt noch äh dins drinne bei kasseligen also ist sie für mich ne 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 bei habe ich äh wo liegt ne peik drin die spitzhacke meint achso ja die meine ich ja für dich ja ja klar natürlich die für dich zack zack reparieren herberkohle blüft blüft reparieren wie viel gunpowder brauchen wir denn äh hier über genügend ja dann lass wir gucken was kosten die granaten weapons explosive die granate die braucht steine und gunpowder 10 stück pro granate boah krass wir haben grad mal 6 ja ja granaten sind echt der hit naja ich mach ja die dinos total schnell down ja sehr schnell down ähm was brauche ich noch pfeile brauche ich noch ein bisschen hast du dir ein paar blutwunden gemacht oder sowas gar nix schätze ich haha ah ich schaff das im wegrennen ist klar wir werden keine schnitte haben wir sind schon fast ja wir sind schon unter dem top 5 ja was ist das denn top 5 ist das ne ziel haha was geht los wir werden erster oder zweiter maximal dritter top 5 ist doch kein ziel haha haha Entschuldigung aber es ist ganz viel wir haben in der spitze gekannt zu top level ne ja es ist halt weniger steile ist scheiße okay ich komme wir müssen gleich so losrennen ja vor allem schwimmen äh steine zack ich will hier rüber ich tu dir noch holzkohle rein holzkohle zack 34 prima 68 wie 68 68 mal gunpowder prima zack man ich hab schon wieder dorst das echt eklig hier ja ja so ich noch irgendwas flachlegen schaffen wir nicht wa ne die granaten bin ich froh wenn die es schaffen was brauchen wir noch steine brauchen wir acht steine noch steine ne pro verdammt gib mir hier ne axt hab ich acht stück pro was achso pro granaten ich haue steine wie im dober 16 24 30 32 40 für 5 granaten hab ich steine geholt die haue ich noch rein ey wir schaffen die gleich nicht mehr im fluss seht kommen ach klar jeder aufm tier 40 deine liegen drin wie hast du ganze gunpowder wo ist der ganze gunpowder wo haftet das nicht noch äh hä hab ich gesagt das ist 68 stand da halt war 68 stand da naja achso bestimmt äh hier zwei granaten pro mann haben wir mehr haben wir nicht zwei granaten pro mann ist immer noch nicht ist ganz gut wie viele pfeile hast du äh 71 und 20 narko 71 ich hab 150 so ähm wir machen es nochmal 6 6 was stand oder stand oder eisen ist keine mehr da ähm willst du noch eine extra rüstung haben komm ich brauch noch eine wir haben halt noch guck mal wir haben wir kriegen aber das nicht mehr zusammen wir haben nicht genug eisen wir haben halt noch einen neuen schuss äh für die äh für die rifle ne kriegen wir nur zusammen schmeiß es weg 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 schmeißen wir für jede pistole haben wir noch money fünf zeig mir wie was fehlt mir denn hier hose fehlt ich bau dir ein ersatz set ja wir brauchen noch schittin hast du noch schittin irgendwo ich hab noch schittin es ist da ersatz ist fertig betäubungspäule brauche ein rennen was kommt jetzt drin was ist hat fleißen pflanzt das war's okay die los attacke drauf ich habe ich abgehangen bei die zehn können noch nix schaffen wir am platten haben platten haben erste ist blatt er entweg zweiter platz sehr schön okay unser zeug auseinander genommen hast du die granaten rausgeholt und so raus da steht ja das tag ging gerade kommt es halt mit zacken kommen also uniform nehme ich mir raus ja und die zwei granaten du diese hülse die ihr schon irgendwo hinlegen 150 hat mich feilig kostet ohne ende feiler ich habe kein feiler mehr nein wenn weiber mehr wir müssen gleich los irgendetwas kämpft hier und hat schon erledigt mit dem kämpfen ich weiß nicht was ich mir geben soll im movement ausdauer wir haben aber jetzt noch ein bisschen ja ein bisschen was ja massig metall wegschmeißen wegschmeißen allerdings reicht noch 50 50 was kämpft denn hier schon wieder ein kanu alter will zwei ich mache sich mit der wei kaputt wir müssen jetzt wirklich gleich los und schaffen muss nicht dass uns allerdings noch machen was dann schaffen das noch weapons wo ist die drinnen range ist denn da raus sind in der feier abends man shotgun brauchst 60 für da ist die wand die wand ist da bau wird du kannst man rüber wir müssen rüber sonst die wand ist so schnell bekommt sich von der wand weg ja ich finde nichts da kommen gehen ne longneck warte die longneck ist gleich fertig wir haben mit einem raptor ist da für money ok habste dann komm Bewegung 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 hast du alle Tiere ja ja ich hab sie schon wir versuchen die über die steine zu gehen anders haben wir keine Schnitte können wir nicht schwimmen mit den tieren sind wir da nicht schneller nein also als statt zu laufen ja verdammt wir können wir versuchen völlig ab wenig auf den stein hoch ja ganz wenn die die wand kommt ist schicht wir haben schon fast geschafft sie gut aus doch dann kommt man hoch auf die steine ich bin drüben ich noch nicht ok ich bin da ist nur die frage schafft man die bisschen so viel ich habe sie passiv gegriffen wird sie nicht gefressen werden wie hier sind da selbst der doofe kano ist da ok ich muss mir schnell Inventar aufräumen ein bisschen war nicht nicht lauf lieber wegschmeißen wegschmeißen ok hängst du hängst fest wo jetzt ok kannst werde ich mit dem Affen rumlaufen aber ja kannst du ja aber die hängen ineinander weil ich aufsteige ok wir müssen nur hier hoch bist du bist du bei mir ja alles klar ja ok habe ich noch ein bisschen zeit mich ein bisschen leichter zu machen ah nicht viel vielleicht 30 sekunden 30 sekunden ok wegschmeißen wegschmeißen auf der stelle vielleicht auf den kano steigen wegschmeißen 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 20 macht nix oh jetzt habe ich ein kleidungsstück weggeschmissen das hätte ich noch gerne ist egal ich nehme die Hose setz dich am besten auf den kano der und lauf mit dem wo ist meine fucking da sind sie komm wir müssen ok bin unterwegs der kano ja ok er kommt ah wo ist er setz dich lieber auf den oder wo ist der kano hier hinter dir ja ich hole ihn sitzt drauf er hat halt mit ganz wenig äh ausdauer jetzt hat der level up ok hier ist die freie fläche die ist schon mal gut ja jetzt haben wir gleich geschafft hier am rand damit geschafft ok hier können wir noch mal ausmisten ausmisten speere schmeiße ich weg brauche ich nicht mehr wasser habe ich vergessen aufzufüllen super ah du hast im kano noch die longneck monie warte die nehme ich mir gleich mal raus kannst du besser mit longneck schießen äh ne ich schieße äh selten mit longneck ich die granaten habe hast du die hast du die granaten ja ich brauche noch ein paar pfeile jetzt ist gut äh betäubungspfeile habe ich gar keine benutze ich gar keine wo sind die granaten granaten kommen äh moment was ist das denn jetzt für ein shit brauchst du noch fleisch ich schmeiße sie gerade weg dann packe ich sie über ein kano haha oder ein raptor ähm oh der hat auch alles voll krass band kommt ja das ist nicht schlimm wir sind ja hier oben direkt beim punkt kann ich noch ein bogen bauen bogen bauen bogen bauen bogen bauen ja kann ich zack zack perfekt ok noch einmal holz ach ich hänge am stein so pär holz habe ich bogen habe ich repariert hab 5 bögen ist soweit alles in ordnung ja ich hab alles 5 bögen krass ja äh hol die suppen raus irgendwo sind suppen drinne beim kano ja hol die raus und hau die dir in den kopf warte ich habe hier noch eine davon reingetan ich habe noch eine reingetan in den kano hol sie dir komm 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 was ist da von der suppe drin zwei stück nehmen sie einfach hast du komm wir müssen gehen ja da ist sogar noch eine drin was für eine weiß ich nicht Farbe äh keine ahnung ich hab die wand gesehen und musste weg ok dann können wir nochmal kurz anhalten oder ja die suppen haue ich mir gleich rein wenn ich oben bin ich warte noch ein bisschen äh was hast du jetzt hast du eine waffe Longneck ja Longneck und Bögen Bögen ok kann ich das hier weghauen ähm ja Ersatz Sack weg da kann ich essen 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 ich hau mir noch weh am Kopf ja ich höre die wand ich auch wir haben müssen los ok go 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 bleib stehen man sieht schon ganz gut aus komm mach ja kein Ärger wir schaffen das jetzt hast du alle durchgeladen der Kano ist weg nein wieso da unten steht der Idiot ich seh ihn jetzt kommt er angerannt er kommt er kommt hast du alle Bögen durchgeladen lad die Bögen durch ja und die Granate hast du die jo auf die 2 der kommt der ist ein Idiot alles klar der hat mich noch nicht mehr getroffen der Depp glaub der hat auch nur den Saver ja ist doch prima wenn du den Saver hat da steht ein Spino auf jeden Fall ok er hat mich auch angeschossen unsere Viecher laufen dahin ja ja der springt jetzt runter der mit dem da ist noch ein Spino ok die sollten mal schön sich angreifen ja Spino kommt auf uns zu glaube ich dann kriegst du eine Granate lass mal zu dem Saver Typen gehen ja der schießt da rum muss aufpassen ja jetzt selber Typ schießt ja ja der steht noch außerhalb wie weit geht die ja die hält jetzt an oder der wird unsere Viecher auf das Ding locken auf dem Affen sitzen das auch nicht so vorteil ja dann kriegt er jetzt eine Granate hier der scheiß Spino ja komm der Spino kriegt eine Granate welcher der hier hinten eins zwei drei komm doch gar nicht so weit noch näher ran auf jeden Fall waaah da hat er einen ich hab ne Longneck ob ich dich für den Spino verschwende ne komm drauf auf den Spino hier der ist schon fast im Eimer ja ich nehme lieber Bögen geht die gleich zu krass ich komme nicht weg ich fang drehen jo der Spino tot jo ja ich spino tot ja ich spino tot weiß ich nicht sind losgelaufen da hinten und unser Affe der lockt die echt da runter oder was der mit dem Dings kommt mit dem Saber wo ist der und hier ist noch der andere Spino lass den lass die kämpfen da drüben bleib hier bleib hier der versuch die runter zu locken ey hier ist ne Narko Falle aber nur eine ja die hab ich hingestellt die hab ich hingestellt oh ok hier lass den Spino beschießen Spino beschießen ok dann lass ich dich nicht treffen Spino kommt oh der ist aber Spieler kommt auf den Spieler pfeifen hab ich gemacht Spino schießen Spino vorsicht hinter dir versuch mal auf den Kanu zu setzen dann macht man noch mehr Damage oder? der Typ muss da hingehen hier ich muss ein bisschen was essen den haben wir sehr schön so wer ist noch da ich muss sich mal ein bisschen ausruhen wo ist der Spieler? keine Ahnung weiß ich nicht ich brauch auf jeden Fall äh äh leben brauch Ausdauer jetzt krieg ich endlich Ausdauer dabei da ist der Spieler wo ist der Spieler wo ist der Spieler? hier auf dem Saber Acid Rain wir haben doppelte Rüste und das ist schon mal gut rennt dich gegen die Blöder lass ihn nochmal wenn er hier auf uns zukommt dann schießen wir auf das Dingel drauf das ist überall grad geht das hier auch mit dem Blumen? oh scheiße hab ich nicht drin da ist er er schießt er rennt wie ein bescheuerter er ist abgestiegen hetzt den Typ doch drauf ein Kanu ich hab gefiffen ich hab gefiffen ich hab nur ne Longleg ich könnte versuchen zu treppen versuch's mal jetzt hat er mich erwischt egal mach weiter ich hab ihn auf den gefiffen wir haben den gleich wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen komm 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 yes ja siehst du trotz meiner Nubigkeit Chaka ich hab die Mütze mit dem Popeltieren ey das war wirklich echt gut keine gute Runde auf jeden Fall von allen doch doch das war eine gute Runde von uns also für den Mist was wir hatten ja da noch zu schaffen gegen zwei Spinos den Säbelzahntypen der mit Granaten vollgestopft war und ultraschnellen Säbelzahn war echt gut na ja vor allem ich hab jetzt wieder diese blöde Santa mitzubekommen die hatte ich schon scheiße ach ja das ist sowieso immer das selbe was man da findet aber da siehst du ja dass alle nicht so viel hatten wie eigentlich so viel hatten ja alle da waren jetzt zwei Spinos äh ein Sabertooth und das war's und Affel glaube ich noch ja ja guti ja ja sehr schöne Runde fand ich haha genau ja dann würde ich sagen sehen wir uns zum nächsten wieder vielen Dank Helm und wir sehen uns beim nächsten Mal auf die Erde tschüss so Leute wenn es euch gefallen hat gebt bitte einen Daumen nach oben wollt ihr mich unterstützen gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm jede Menge geiler Videos zur Auswahl wie ihr seht wir sehen uns habe die Erde Tschüss